Was, Zero? Immer noch auf dem Schiff mit ihnen? Ja, also, eigentlich unsicher, ne? Ja, weil man kann sich da ja nicht sicher sein. Jawohl, ich bin mir nicht sicher. Oh, shit. Oh, shit. Das wäre ein Twist. War er einer von ihnen? Äh, nun, es ist an sich möglich, oder? Ja, ist das möglich? Ja, das ist möglich. Ja, ich bin sicher. Ja, ich bin sicher. Try applying the same ideas to the Nonary game. All of the puzzles here run all by themselves. In other words, Zero doesn't have to be controlling them for the game to move forward. Why's that? Why would Zero bother to do something like that? So let's say you and Clover are right. Zero's one of us. If that's the case, then it'd be really hard for him to keep track of all of us or control anything remotely. That's why all the puzzles run by themselves. That's what you're getting at. Right? Yeah. Seven, when we were talking earlier, you said any one of us could be Snake's killer, right? Yeah, something like that. Alright then. I've got a question for you, Ace. You said something like Zero must be the one who killed Snake, right? Yes, something like that. I can't think of any other explanation. So what do we get if we combine those? They fit together pretty well, I think. Something like this. Whoever killed Snake is Zero. Hence, Zero is one of us. Seven and Ace's theories aren't mutually exclusive. They actually complement each other pretty well. At least they do if Zero is one of us. What were his motives? His motives? Yes. Isn't that pretty important? Why would Zero want to hide as one of us? Oh, well, that's because... Um... I don't know. Well, so much for making a persuasive argument, Junpei. In other words, you only had circumstantial evidence. I don't really think that's enough to go on, you know? It's three in the morning. That means we have three hours left. Then we need to move now. Seven, Clover, Junpei. I know how you feel, but you do understand that right now it's important we trust one another. Don't you? You're right, but... We must go. We have very little time left. Our next destination is Mercury. Here we go. Uh... Oh, that's the... Yeah, I found it in the shower room. Oh, I see. It's got the Mercury symbol. Now we can go. Looks like there's only two floor buttons working. Sea and bottom. Time to head down, then. This is a numbered door. Okay, das sind aber nur die Zwei. Yeah, it's door two. So who should go through the door this time? We don't need to be discussing who we're leaving behind this time, right? Right. It's set up so we'll be able to meet up again once we get through the number doors. Then there's no need for arguments at this point. Hm. We should figure out who's going in first. Very well. Would anyone like to volunteer? I'll do it. I'll go, too. Then I suppose I need to go, too, then. All right. We're taking off. Okay. Please be careful. Jesus. You two are acting like you're married, you know that? Oh. Um. Don't be silly. Cut it out. All right. Let's go. Yeah. Let's do this. Where the hell is it this time? I don't see it. There it is. It's right there. It stopped. Yeah. It stopped. Man, I'll never get used to that. I'm not sure it's something I'd want to get used to. We should finish this game before imminent death becomes a normal thing. Damn right. All right. This hallway's pretty short, but it's got five doors. Three on the left. And only one on the right. Don't forget the last one at the end of the hall. But it's got a metal plate over it, so I doubt we're going to get anywhere that way. All right. Let's get started. I think we'd probably better split up. You two okay with that? Yes. No problem. Sure thing. Then I'll take this first one. I'll try the one next to it. Well, I guess I'd better get started too. Okay. Was zum Teufel soll das sein? Das ist wie eine Zeitung von einem Whirlpool oder irgendwas. Nun, wenn ich raten müsste, dann... ...soll das wahrscheinlich aussehen wie Wasser. Da ist etwas, äh, ja, stuck. Aber wir können es nicht rausziehen, okay? Nein, warte. Dann müssen wir ein bisschen nachdenken. Okay. Es ist abgefallen. Ja, das passt gar nicht daran, ne? Vielleicht sollte es auch gar nicht dran... Vielleicht sollte es auch gar nicht da dran sein. Oh. Ein Symbol auf einem Toilettendeckel. Scheint ein bisschen verdächtig zu sein. Ist ein Sonnensymbol, aber es... ...sieht nicht aus wie das auf den Türen. ...sieht nicht aus wie das auf den Türen. Was? 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 Ein Screwdriver-Schaft, okay. Ja, das Ding war locker. Deswegen haben wir es einfach ein bisschen gedreht und dann ist es abgegangen. Was zum Teufel? Es öffnet sich nicht. Da ist etwas los mit der Schublade. Ich vertraue dem nicht. Oh, warte. Okay, das funktioniert nicht. Mann, das ist echt ein Saustall. Es ist nicht mehr ein Bett. Naja, da will ich nicht wieder schlafen. Hier ist nochmal eine Zeichnung, aber das sieht aus wie ein Fluss oder ein Wasserfall. Ja, ein Wasserfall eher weniger, ne. Oder Wellen. Ist das eine Zeichnung von einem blauen... Ist das eine Zeichnung von einem blauen Schal? Nein, vielleicht nicht. Ja, und hier ist kein Dings drin, ne? Ja, da gab es ja das aus dem anderen. Warte mal, vielleicht bekomme ich es damit raus. Moment. Mit dem Screwdriver-Schaft. Und hier ist es nicht so ein Mond. Die Toilette ist ekelhaft. Du, du willst ja nicht, dass ich das Ding anfasse, oder? Wenn du es nicht willst, dann mache ich es, okay? Du willst ja scheinen, ziemlich alt zu sein. Ew, wie zum Teufel kannst du das anfassen? Das ist ekelhaft. Nun, es ist ja nicht so, als hätte ich eine Wahl, oder? Es ist ja nicht so, als wollte ich. Hier haben wir den Mond und Sonne. Und das. Ja, ein Handtuch. Da ist nichts drinne. Ja, irgendwas stimmt aber nicht. Der Handle passt nicht so ganz zu der Schublade. Warum nimmst du es nicht einfach raus? Da drunter ist irgendwas. Da ist ein Spiegel auf der anderen Seite. Interessant. Ist eine seltsame Form. Mit der Schublade. Mit der Schublade. Ja, wir können vielleicht den Spiegel benutzen, um das Licht zu reflektieren. 4-7. Ja, weil das Licht läuft hier und dann sieht man das, okay? 4-7. Ich sehe eine 4 links und eine 7 rechts. 4 und 7. Und Mond und Sonne. Auf der linken Seite ist eine, äh, die linke Seite hat eine Sonne und die rechte ein Mond-Symbol. Ich möchte mir das merken. Ich sehe eine Schlüsse. 6-6. merchants ja hier kommen wir nicht rein das töten ich frage mich wo sie hinführt dann habe ich auch gedacht und ich habe ein paar dinger versucht aber ja gleiches resultat ja das heißt wir haben jetzt nur diese drei räume ich bin voll idiot jetzt bekommen wir einen screwdriver weiß was ich so geil finde also ich in deren situation das sagt man natürlich immer in solchen sachen aber ich habe vor allem hier richtig ich für meinen teil würde die items die ich in den escape rooms finde mitnehmen die schrauben sind jetzt los jetzt können wir die schublade öffnen das nichts drin nun vielleicht brauchen wir die schublade die schublade er braucht mir schon mal alles klar lassen sie sich rausreißen was haben wir da drunter rein gar nichts oder warte ok ich gucke hier noch ein bisschen rum woher 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 Was? Schein hat sich angehört, dass etwas gefallen. Was war das? Ich hab's auch gehört. Lass uns die Schublade öffnen. Oh. Oh, jetzt ist ja dieses Teil drin. Das können wir jetzt wiederum wahrscheinlich hier im Sync benutzen. Benutz es halt. Oh. Oh. Wenn wir einen Knob finden Ah Warum fehlt hier ein Knob Dann nehmen wir einfach den hier Scheines würde das Wasser nicht funktionieren Kommt kein Wasser raus Okay Dann mach es los Ja da kommt kein Wasser raus Okay Jetzt habe ich es mal verstanden Okay 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 Ich bin confused Ach Junge, geh doch weg Ja Hey, ich versteh's grad nicht Funktioniert schon wieder bei mir Irgendwas nicht Hä? Irgendwas funktioniert bei mir ja schon wieder nicht Hier soll man eigentlich einen Nob finden Um das da dran zu bringen Aber irgendwie, keine Ahnung, wo man das findet Oh mein Gott Okay, ich versteh's Ja, genau Okay Scheiße, Mann Okay, der, ja Der Griff hat sich befestigt Jetzt kann ich das Wasser machen Was tust du da Ist doch offensichtlich, oder nicht? Ich lass das Wasser laufen Das seh ich Ich frag mich, warum du es So laufen lässt Denk doch mal nach, Lotus Dieser Faucet hatte keine Hatte, äh Dieses Faucet hatte keinen, äh, Griff Als wir es gefunden haben, nicht wahr? Was meinst du? Schau mal hin Hä, Wasser früllt sich Wollte das nicht, dass die Röhre verstopft sind? Oh, äh, lass uns das lieber ausmachen Also hat sich irgendwas verändert? Das Wasser hat aufgehört zu fließen Danke, Mr. Obvious Junpei Ich überlasse es dir, okay? Ja, ist gut Dich mag ich sowieso nicht Aha Das, jetzt ist ja auch wir Wasser im Raum Was meinst du mit in diesem, auch in diesem Raum Nun, ich hab den, äh, Wasserhahn laufen lassen Im anderen Raum Und scheinbar Ist das Wasser hier rausgekommen Ich hab dieses Teil hier raus Gepusht Was ist das? Was ist das? Hey, was ist das? Are you okay, man? You're sweating like crazy Are you alright? Oh Yeah, I'm fine Just got a little dizzy, that's all That's definitely more than just a little dizzy Are you sure? You don't look so good What am What am I doing here? Huh? What are you talking about? We opened the number two door and walked in here Don't tell me you forgot No, no, that's That's not what I mean It ain't much, but I think some of my memories came back I, uh I I I I think I've been here before Uh Huh? I said I've been in this room before You were here? When? Why? Ahoy My Nona What the hell was that? It's It's right there I feel like I'm this close to remembering everything, but I just can't That's right, an experiment There was some kind of experiment going on on this ship An experiment? What, what sort of experiment? They were, they were trying to control people Or, or something like that What the hell are you talking about? Ahoy, Light, and Nona Those were their names Well, some of them The kids that were in the experiment, I mean I think there were Four Or five more But I don't remember all their names And it's right That's why I'm here Huh Experiment Cradle Pharmaceuticals Those kidnapped kids Was there work in that case? Huh? Wait, under this bed The hole's gone? No, maybe it was a different room There's gotta be a ton of rooms on this boat That look just like this one Hey, what exactly do you remember? Maybe you could stop talking like a crazy person And tell me what's going on here Well, it's not like I really remember everything I've only got bits and pieces And they're scattered And don't make much sense I don't care Tell me the bits and pieces then Okay From what I can remember I think I was A cop A cop? Yeah I was looking for that group of kids That got kidnapped nine years ago You remember that, right? It was all over the news Yeah I was still in school I don't remember all the details But I do remember some of it I think it was a bunch of kids Right around my age They all just disappeared Nobody knew why It was all over TV And the newspapers Every day So you're saying you were investigating it? Yeah That's what it looks like I guess I found something There was this medical company Called Cradle Pharmaceuticals That had something to do with those kids After I figured that out I managed to get some information Out of somebody who worked for them I think it was Tonight A ship is set to take the children To a large passenger liner docked offshore Yeah That had to be it That's why I went to the wharf From the shadows I searched the harbor Until I found the ship He was talking about There was a bunch of movement near it Men in black suits Many of them Carrying large bags Bags There was something about the way they moved As they were carried No doubt about it They were human beings in those bags I moved before I realized it I came out of hiding My gun already in my hand Don't move I felt metal touch the back of my head Drop the gun He kept digging the coal metal thing Into my skull There was nothing I could do I did what he said And laid my gun on the ground Then suddenly There was a sharp pain in my neck A needle A drug That was my last thought My face hit coal concrete I was out like a light after that I woke up on a hard floor Dammit Shit my head hurts Where am I? A small shabby bed A dirty sink A toilet With no privacy I'd seen it countless times as a cop I'm in a cell huh? Facing the toilet was a door Set into the wall I was still pretty woozy But I made my way over to it I pushed and pulled on it But It won't open Not like I expected much else Would be dumb enough to put me in a cell And leave it unlocked Threw myself against the door a few times But it wouldn't budge I knew it I gave up and made my way back to the bed And sat down I sat there for a very very long time Who knows how long Then I heard a faint voice The voice was far away I couldn't understand what it was saying And I said not to put myself into sin I was still missing my way back to it But I said no I could imagine it I said no I said no Vielen Dank.